Ich bin Mareike Blüschke. Ich stamme ursprünglich aus Schleswig, einer Stadt in Schleswig-Holstein, lebe aber seit 13 Jahren in Rosslar, einem kleinen Dorf zwischen Harz- und Küffhäuser, Nordhausen und Sangerhausen. Hier lebe ich seit 13 Jahren und seit März bin ich Pfarrerin im Nachbarpfarrbereich Berger-Kälbra mit einer Entlastungsfahrstelle. Für die EKM wünsche ich mir, dass in ihr immer für alle Mitarbeitenden und für alle Gemeindeglieder und auch für alle anderen Gottes Nähe spürbar und erfahrbar wird.